hm ich glaub wir unternehmen was mit ryoji weil er voraussichtlich im team bleiben wird lasst mich mal überlegen ja ja wenn ich nicht wieder mit meinem standard team wenn ich mit keinem aus meinem standard team spielen möchte in diesem playthrough dann bleibt ryoji tatsächlich final im team ok wir wollen das leichtathletik team wirklich wiederbeleben mit jamauchi als trainer der typ ist quasi kamoshida junior ich schwöre der plant irgendwas naja das kann ich ja selber untersuchen jedenfalls wie sieht's heute mit training aus ja ja hängen wir mit ryoji mal sehen wo willst du trainieren ach wir finden schon was geh nicht umziehen wir machen einen veteran wer zuerst da ist aber wir wissen doch noch gar nicht wo wir trainieren hä was mann wir haben echt keinen guten ort zum trainieren ich meine wenn wir hierbleiben dann treffen wir immer nur immer wieder auf nakaoka und die anderen hast du ne idee wir können bei mir trainieren glaubst du echt dort können wir überhaupt richtig trainieren ich wette wir fortan da noch eins und zocken im videospieler keine chance dass das nicht so kommt vielleicht ist die halle gar nicht so schlecht Geld bin ich dort sind kennt mir ja nakaoka Daddy was macht ihr da ähm äh ich weiß nicht mehr welche stimme ich den anderen jungs gegeben hab keine ahnung Wir haben noch ein paar Fragen an Nakaoka. Geht euch nichts an. Ihr wollt ihn also mit euren Fäusten ausfragen? Ist es nicht etwas feige dagegen einen? Der einzige Feigling ist Nakaoka. Nur wegen ihm mussten wir den Scheiß von Kamoshi da ertragen. Er hat diesem Schwein ständig Geheimnisse über uns verraten. Was? Das ist doch Schwachsinn. Ihr solltet Nakaoka vertrauen. Genau. Ihr habt doch jahrelang zusammen trainiert. Und wird das Leichtathletik-Team nicht neu aufgelegt? Ihr müsst doch nicht streiten. Halt deinen Maul. Ich sage dir, dieser kleine Scheiße hat uns alle verraten. Was glaubst du, woher Kamoshi da von deinen Eltern wusste? Er muss eine Pätze sein. Wartet mal. Machst du zum Weg, Sakamoto. Wir prügeln dich auch windelweich, wenn das sein muss. Ihr werdet euch danach auch nicht besser fühlen. Glaubt mir. Ihr wünscht euch doch dann eher, dass ihr es nicht getan hättet. Ich weiß, wovon ich rede. Fühlt sich echt beschissen an, auf den eigenen Mist zurückzuschauen. Äh. Wach. Wartet. Selbst wenn Nakaoka sich bei Kamoshi da eingeschleimt hat. Ist das nicht Schnee von gestern? Der Bastard ist fort. Ihr könnt das also auch abhaken. Ist doch blödsinnig, sich deswegen zu prügeln. Wir wollen aber niemanden dabei haben, der unser Team unterwandert. Aber ich habe mich nicht bei Kamoshi da eingeschleimt. Egal wie oft ihr mich schlagt, meine Antwort bleibt dieselbe. Ach ja, wir haben Beweise. Yamauchi hat uns alles erzählt. Yamauchi? Komm schon, Takeshi. Lass uns verschwinden. Wäre echt scheiße, wenn es noch jemand sieht. Na. Nakaoka. Wir wollen scheißer wie dich nicht im Leichtathletik-Team. Akzeptiere es einfach. Alles in Ordnung? Was zum Teufel sollte das? Halte dich einfach raus, Sakamoto. Das geht dich einen Dreck an. Aber. Der Schlag gegen Kamoshi da hat uns auch getroffen. Obwohl wir die Scheißhunde aushalten wollten. Du warst vielleicht erleichtert. Das Team durfte es ja ausbaden. Wegen dir verloren wir den Ort, um unseren Frust abzulassen. Der einzige Ort, wo wir mehr waren. Danach wuchs der Frust nur noch mehr an. Und alles ging irgendwie den Bach runter. Glaubst du echt? Jetzt ist alles wieder in Butter. Was, wenn ich dir sage, sie hatten Recht wegen mir. Denkst du dann immer noch, alles ist gut? Wenn ich Kamoshi da von deinen Eltern erzählt hätte. Ja. Es ist, wie es ist. Ich bin nie über den Mist mit meinen Eltern hinweg. Außerdem. Ich habe etwas erkannt, Nakaoka. Klar, ich habe es mit Kamoshi da vergeigt. Aber es bringt nichts, in der Vergangenheit festzuhängen. Ich konzentriere mich nur noch auf mich, darauf frei zu sein. Oh, wovon redest du? Frei? Was für ein Witz. Puh. Huh. Hey. Na, Kira. Du verstehst schon, was ich sagen will, oder? Absolut. Nicht wahr? Er hat Unsinn geredet. Keine Ahnung. Frei zu sein ist. Es fühlt sich so an, wenn ich mit dir rede. Erklär es mir bitte. Wie soll ich es sonst erklären? Ich finde mich einfach frei. Hm. Habe ich einen Sprung in der Platte, oder was? Haha. Meine Bindung zu Ryuji vertieft sich. Rang 6 bereits. Riesenheilung. Chance auf Status-Fact Heilung bei Mitgliedern der Gruppe. Yay. Alright. Alter, das war vielleicht schräg. So viel zum Training, was? Los, lasst uns hier verschwinden. Oh, lasst uns auf dem Weg Ramen essen gehen. Ramen. Gute Entscheidung. Yo. Jetzt gerade bei dir? Nö, der ganze Mist mit dem Leichtathletik-Team. Da lag ich mit meinem Gefühl wohl richtig. Nakaoka kann manchmal stur sein. Er wird nicht reden. Auch nicht, wenn ihn jemand verprügelt. Ihr standet euch wohl nahe. Nicht wirklich. Aber wir haben uns damals echt Mühe gegeben. Und ich hasse es, wenn Gruppen wegen so einem Scheiß zerbrechen. Und Yamauchis Name ist schon wieder gefallen. Ich schwöre, mit dem Typen stimmt irgendwas nicht. Okay, das war's. Ich werde eine vollständige Untersuchung durchführen. Jedenfalls melde ich mich, wenn ich was rausfinde. Bis dann. Tschö. Und so. Ah, du bist zurück. Hey! Die Kammer kann mir die nicht ihre Telefonnummer geben? Willst du sie anrufen? Das könnten wir tun. Ähm. Du meinst, dann will ich das auch tun. Ja, nicht genug Mut. Mist. Okay, dann noch nicht. Äh. Der Tag ist noch nicht vorbei. Wenn du willst, kann ich dir jetzt alles beibringen. Okay. Kann sich noch nicht vertiefen. Schade eigentlich. Aber egal. Oder? Oder? Schauen wir mal. Wir könnten mit Mishima reden. Oder aber, wir gehen zum Gyodon-Restaurant und starten den Straßenredner. Du kannst dein Kennen erhöhen, wenn du in einem Gyodon-Restaurant arbeitest. Willst du heute hier arbeiten? An die Arbeit. Let's a go. Let's a go. Oh, Karin ist schon wieder eine große Gruppe eingetroffen. Die werden dich mit Bestellungen bombardieren. Pass auf, dass du sie dir alle merkst. Choridon groß. Okay. Große Gyodon. Mittlere Choridon. Große Barbecue-Dom. Okay. Okay, bleib ruhig und merk dir die Bestellungen. Wie lautet noch gleich die erste Bestellung? Das war eine große Curridon. Ja, das stimmt. Zweite Person wollte eine große Gyodon. Ja, das stimmt. Was ist mit der dritten Bestellung? Das war eine mittlere Curridon. Ja, das habe ich auch gehört. Woraus bestand die vierte Bestellung? Das war eine große Barbecue-Dom. Ja, du hast recht. Das war die Bestellung. Okay, jetzt musst du nur noch alles kochen und servieren. Also, aufwärmen und servieren. Du scheinst dir etwas überfordert zu sein. Kannst du deinen Vorgesetzten nicht bitten, mehr Leute einzustellen? Du warst da extrem beschäftigt. Überarbeitete Angestellte werden ein immer größeres Problem in der Arbeitswelt. Und das ist beunruhigend. Hm, und das sollte ich mir merken. Well then, I'll see you in the end. Ich lasse meine Bezahlung hier. Danke für die Mahlzeit. Hey, hey. War das nicht der Politiker, der vor dem Bahnhof Reden hält? Er hat sich Sorgen um Angestellte am Arbeitsplatz gemacht, hm? Jetzt weiß er wohl, wer du bist. Wir sollten demnächst mal wieder zum Bahnhofsvorplatz gehen. Jo, okay. Damit haben wir das schon mal geregelt. Wow, gute Arbeit. Heute kamen viele Kunden und du hast sie alle allein bewältigt. Hm. Heute war es nur so viel, äh, heute war es so viel, wie es sonst noch am Yakiniku-Tag ist. Vielleicht war irgendwann in die Send. Ich bezahle dich heute etwas besser. Gute Arbeit, weiter so. Yay. Knappe 9000 Yen, das ist schön. Das ist doch gut. Oh, es hat unglaublich. So viele Bestellungen. Das war bestimmt anstrengend, aber du hast großes Kennen bewiesen. Yay. Drei Punkte im Können und mein Können levelt auf. Booyah. Oh, ich schätze, wir sollten nach Hause gehen. Okay. Hätten wir das. Auch schön. Das ist die Schülerin, laut Lippenbewegung. Oh ja, die Aufräumaktion findet übermorgen statt. Meine Klasse ist für das Gebiet gegenüber dem Ene-Kaschila-Park eingeteilt. Irgendwie freue ich mich darauf. Die Stipendiatin ist eigentlich in meiner Gruppe. Hm? Was? Ist sie irgendwie ein Typ oder so? Schade jedenfalls. Ich habe gehört, dass Stipendiaten beim Frühjahrsputz nicht mitmachen müssen. Unfair, oder? Was? Ich bin in einer Gruppe voller Schüler aus den oberen Klassen? Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Tja. Tja. Irgendwie scheint meine Weltkrieg noch ein bisschen hoch eingestellt zu sein. So gefällt es mir besser. So gefällt es mir besser. Als könnte man das Image der Schule mit so einer Aufräumaktion verbessern. Was? Sie muss bei der Aufräumaktion nicht mitmachen? Sonderbehandlung für Musterschüler, oder was? Wir müssen in unseren blöden Sportsachen in den Ene-Kaschila-Park gehen? Sie kommt nicht, oder? Ich würde das so gerne hochsausen lassen. Wir treffen uns im Ene-Kaschila-Park. Hoffentlich merke ich mir das. Hey, Schule vorbei. Mann, ich will nicht mehr in der Tasche stecken. Warum kann Lady Anne nicht mit mir rausgehen? Tja. Wir könnten uns mit antreffen. Ich bin mir jetzt aber gerade tatsächlich unsicher. Oh, stimmt, das können wir eh nur abends machen. Ja, dann treffen wir uns mit an, ne? Weil, warum nicht? Hallöchen, Darkie! Na? Ja, die Übersetzung... Also, ich sag mal zu... 90 bis 95 Prozent ist die Übersetzung voll okay. Es sind halt diese 5 bis 10 Prozent, die einem echt auf den Sack gehen. Die mir zumindest echt auf den Sack gehen. Aber ja, größtenteils sind die Übersetzungen halt voll in Ordnung. Mal ehrlich, werde ich wirklich stärker? Ich trainiere wirklich fleißig, aber ich sehe keine Fortschritte. Egal, hörst du mir noch einmal zu? Hast du heute Zeit? Ja. Habe ich. Für dich immer an. Für dich immer. Danke, dann sehen wir uns im Inokashida-Park. Hey! Oh, guck mal, die Enten da drüben. Es muss eine Familie sein. Dieser Ort ist einfach unglaublich. Shibuya ist nicht weit entfernt, aber wir sind mitten in der Natur. Hey! Tokio ist ein seltsamer Ort. All die ganzen Menschen und Läden. Und trotzdem gibt es hier Parks mit Enten. Diese Stadt hat alles, aber ich verstehe sie nicht. Es ist irgendwie beängstigend. Erinnert mich ein bisschen an Berlin. Berlin hat halt auch einige Grünflächen. Und die sind halt auch verdammt nah direkt an der Großstadt dran. Also an Großstadt-Teilen dran. Dann kommen Wörter, die null mit dem Satz zu tun haben. Das habe ich so jetzt noch nicht mitbekommen. Was mir halt aufgefallen ist, dass teilweise Leerzeichen fehlen. Was ein bisschen merkwürdig ist. Aber ja, es gibt schon so ein paar merkwürdige Dinge in der Übersetzung. Definitiv. Das heißt, wenn ich dann nach diesem On-Stream-Playthrough-Wiederrichtung Platinum-Trophy arbeite, werde ich meine PS4 auf Englisch einstehen. Nochmal wegessen. Dann guten Hunger. Ich weiß, was du meinst. Oh, stimmt. Du bist gerade erst hergezogen, Akira. Zu Beginn fiel es mir extrem schwer, mich anzupassen. Als Menschenmassen und alle rennen umher, fast so, als ob sie wütend wären. Selbst in der Schule war ich die Ausländerin. Keiner kannte mich, aber alle redeten über mich. Ich dachte, mein Aussehen sei das Problem. Ich überlegte sogar, mir die Haare schwarz zu färben. Aber dann lernte ich Shio kennen. Das Erste, was sie sagte, war, Takamaki-san, du kannst nicht mal malen. Hatte sie recht? Nein, hatte sie nicht. Meine Bilder waren nicht schlecht. Ich bekam jedoch eine vielen Kunst. Keine Ahnung warum. Aber das war das erste Mal, dass jemand mit mir redete, ohne mein Aussehen zu erwähnen. Danach kamen wir uns näher. Und seitdem ist Shio meine beste Freundin. Aber warum sind wir nicht hier? Ich muss mit dir noch über etwas anderes... Ah, okay. Das sind so Worte, die nicht in den Satz gehören. Also eigentlich ist das ein Tippfehler. Statt mir dir, müsste er mit dir stehen. Noch über etwas anderes reden. Erinnerst du dich an unseren letzten Besuch hier? Ja klar, das war vorgestern. Also, nee, gestern war das Ingame, oder? Ich glaub, nee, vorgestern. Vorgestern. Ich sprach von der Diebin in dem Anime von früher und ich hab eine Idee. Schieß los. Spott nur, solange du kannst. Die Schurken in diesen Sendungen streben stets die Weltherrschaft an, oder? Und obwohl der Held sie stets besiegt, geben sie niemals auf. Das heißt also, dass ihre Herzen wirklich standhaft sind. Und darum möchte ich versuchen, von ihnen zu lernen. Gute Idee. Oder? Darum hab ich entschieden... Ich werde ein Actionstar. Viel Glück damit. Danke für deinen Zuspruch. Also gut, das wird mein ultimatives Ziel. Ich habe nie darüber nachgedacht, was ich im Leben erreichen will. Aber jetzt weiß ich es. Und alles nur, weil wir miteinander reden, Akira. Danke. Ich spüre, wie Hans Motivation richtig explodiert. Mal wieder. So viele Explosionen. Sexy Technik. Chance, die Aufmerksamkeit des Gegners zu wecken und seine Aktion abzubrechen. Oh, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch ein Original war. Und wenn ja, ob das bei mir irgendwann mal getriggert wäre. Äh. Nun, wenn ich in Actionfilmen mitspielen will, sollte ich mir körperlich fit sein. Wie viele Sit-Ups ich dafür wohl machen muss? Oh, Ryuji kennt ein gutes Fitnessstudio. Ich sollte ihn fragen. Oh, und ich sollte Shiro von meinem neuen Ziel erzählen. Bestimmt würdest du dich darüber freuen. Komm, lass uns zum Bahnhof joggen. Jogging in Schuluniform. Ich weiß ja nicht. Hi, ich bin's. Hast du gerade Zeit für ein Gespräch? Ich hoffe, ich bin athletisch. Also, ich habe nichts gegen trainieren oder so? Ich bin ganz erledigt von meinem Sprint zur Station vorhin. Ich muss von mir trainieren gehen. Hm. Tust du etwas, um deinen Körper zu trainieren? Äh. Ich trage Morgana in der Tasche. Das ist Teil deines Trainings? Ganz schön beeindruckend. Ich meine, es macht dir gar nichts aus. Wie viel Mona wohl wiegt? Vielleicht trage ich ihn das nächste Mal in meiner Tasche. Okay. Erstmal muss ich herausfinden, welches Training für mich die beste Wahl ist. Fürs Erste versuche ich ein paar Curls mit einer Wasserflasche. Ist zwar schon fast leer, aber besser als nichts. Okay, wir sehen uns später. Jo. Ich meine, irgendwie muss man anfangen. Ein Typ, der dich im Gyunin-Restaurant angesprochen hat, war doch ein Politiker, richtig? Anscheinend hält der Regen an der Shibuya-Station, aber man sollte keine vorliegenden Schlüsse ziehen. Ja, wir haben eh gerade noch nicht den Mut, um ein Cover-Kamier anzurufen. Also, gehen wir mal zum Bannungsvorplatz und reden mit dem Politiker. Du hast mir aufmerksam zugehört. Interessierst du dich für Politik? Ich bin interessiert, ja. Gehst du noch zur Schule? Ich möchte die Jugend für die Politik begeistern. Irgendwoher kenne ich dich. Oh, du arbeitest im Gyunin-Restaurant. Für einen Jugendlichen hast du viel Ausdauer. Wenn du interessiert bist, könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich möchte den Zustand dieses Landes verbessern. Und das geht nur gemeinsam mit der Jugend. Aufgrund bestimmter Regelungen darf ich einem Schüler aber keinen Job anbieten. Du könntest allerdings einiges lernen, wenn du bei meinen Reden dabei bist. Sehr gerne. Wirklich, das wäre tatsächlich eine Hilfe. Also, würdest du mir deinen Namen und deine Kontaktinfos geben? Na klar. Du besuchst die Shujin Akademi, wie? Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Toranosuke Yoshida. Nein, zwar ich Mitglied im Parlament, aber das war einmal. In den letzten 20 Jahren habe ich sieben Wahlen in Folge verloren. Aber ich sollte mich nicht grämen, kurz bevor ich eine Rede halte. Also, ich hoffe, dass du mir so gleich helfen kannst. Na klar doch. Die Grenzen sind verschwommen, was in der Gesellschaft als richtig und als falsch gilt. Uns leitet nicht mehr der gesunde Menschenverstand, sondern nur noch Egoismus, Gier und Verlangen. Massen von selbstsüchtigen Menschen finden Freude darin, die Schwachen auszubeuten. Doch selbst in unserer modernen Zeit gilt der Grundsatz, dass wir zum Wohle aller handeln müssen. Eine Welt, in der es akzeptabel ist, zum eigenen Vorteil die Rechte anderer zu missachten. Eine Welt, in der die Jugend nur noch ausgebeutet wird. Eine solche Welt muss verändert werden. Ich wünsche mir eine Welt. Eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Eine Welt, in der Würmer und Insekten endlich wieder schmecken. Der hat leicht reden. Wir Alten haben uns schwer genug, um uns selbst zu kümmern. Er hat gute Argumente, aber er ist ein Niemand. Er wird es nicht weit bringen. Es wird sich nichts ändern. Wir werden einfach weiter ausgebeutet werden. Was faselt? Er möchte kein Politiker denn jetzt wieder. Er gehört nicht mal einer Partei an. Überlass die Staatsangelegenheit noch einfach den fähigen Köpfen der liberalen Wohlstandspartei. Du darfst die Entscheidung, in wen du unterstützt, nicht nur anhand der Parteizugehörigkeit treffen. Ach, halt endlich die Klappe, du gescheiterte Ex-Politiker. Wenn ich gewählt werde, den Willen des Volkes zu repräsentieren, bin ich bereit, zum Wohle aller... Heb dir das Gesülz auf, bis du gewählt bist. Falls du gewählt wirst. Danke, das war für heute alles. Und, wie hat dir meine Rede gefallen? Naja, die Zwischenrufe... Ach, macht dir da keine Sorgen. Ich bilde mir ein, dass ich in der Lage bin, bewegende Reden zu halten. Aber es gibt Zeiten wie heute, wo das Publikum zu einem Thema anderer Meinung ist. Manche finden, ich kann mich erst um andere sorgen, wenn ich gewählt wurde. Siehst du das auch so? Du hast meine Unterstützung. Danke. Es ist ermutigend zu wissen, dass meine Botschaft dich überzeugt hat. Und ich habe mich an solche Reaktionen längst gewöhnt. Wobei... Ich weiß nicht genau, ob das gut ist. Aber egal. Aber egal, was sie sagen. Ich muss weitermachen. Ich glaube, ich kann viel lernen, indem ich mir Yoshi das Reden anhöre. Well then, I shall see you again soon. Vielleicht frage ich dich irgendwann wieder einmal nach deiner Meinung. Wer könnte das zum Besucherzeit denn sein? Mishima ist total aufgekratzt wegen der Suche nach unserem nächsten großen Ziel. Aber ich habe so das Gefühl, dass er sich nur Ärger einbrockt. Vielleicht gehen wir besser mit. Er wollte nach Harajuku. Und ich habe auch an Bescheid gegeben. Kann dir nicht schaden, oder? Pläne für morgen machen. Wenn du sofort auf die Einladung eines Vertrauten reagierst, ohne ihn warten zu lassen, verbessert sich eure Bindung. Wenn du sofort auf eine Nachricht reagierst, kannst du an dem Tag nichts anderes mehr unternehmen. Überlege, bevor du zu sagst. Lady ankommt? Äh, ich meine, klar. Cool, keine große Sache. Aber du kannst, äh, du kennst dich, äh, immer noch nicht richtig in Tokio aus. Du kannst die Game kennenlernen. Und? Was sagst du? Willst du mit der Ryuji nach Harajuku gehen? Ja, klar. Na, okay, dann treffen wir uns alle da. Du treffst dich morgen mit, äh, mit allen Harajuku, oder? Dann geh besser schlafen, bevor du verschläfst. Ja. Harajuku. Okay. Das Modezentrum, in dem auch Foodtrends geboren werden. Takenoko Street Fashion. Beliebt nicht nur bei Touristen, sondern auch bei modebewussten jungen Leuten. Guck an, echt. Du kannst auch Leute einladen, denen Takenoko Street gefallen könnte. Ja, Mensch.